Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem angezockt Video Dating Simulator. Ich habe keine Ahnung was auf mich zukommt. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an, dann könnt ihr mal reinschnuppern und dafür bin ich ja da. Und der Dude kommt mir irgendwie bekannt vor, von Streaming Simulator irgendwie, kann das sein? Ich weiß es nicht, den, ah wie machen wir unseren Dude, dem haben wir jetzt richtig schön, Achtung. Der kriegt solche Augen wie ich, schön so, der kriegt ein weiches Kinn, der kriegt so Backen. Ja, der ist ein bisschen fülliger als sonst, der hamstert auch gerne mal was. Wir machen den so richtig schön, genau. Das ist der beste, gut aussehende Kerl, der mir einfällt, den wir jetzt gerade schon machen. Ja, der guckt noch ein bisschen böse so, ja genau so, so sehe ich aus. Und nicht anders, da seinen Kopf, den machen wir dann zu groß, besser nicht. Kinn, Kiefer meine ich, Mund, ja der hat einen schönen roten Mund. Aber so ein bisschen so die Nase machen wir so, genau, perfekt. Dann kriegt er noch Haare, der gute Mann. Der sieht doch hübsch aus, oder? Wie machen wir die Frisuren so? Sieht aus wie ein Elf. Ein Elf, der mit einem Zuchtschwein irgendwie was hatte, keine Ahnung. Die machen wir auch noch schön, so, nee, nee, blond, nee, das ist doch blond, so, so machen wir das. Dann kriegt er natürlich auch noch einen schönen Bart dazu. Perfekt. Die Augen, die, die müssen, das müssen keine Katzen, Alligator Augen haben wir. Wir machen Alligaten, Alligaten, genau, Alligatoren Augen. Genau, so, das sieht doch schon mal gut aus. Eyebrows, der hat ja noch gar keine. Auch sieht der nicht süß aus, so. Die machen wir aber ein bisschen, wirklich so. Ja, wird schon irgendwie hinhauen. Ein Bodytype. Ach, das ist in seiner, ah, kann man da irgendwie ein bisschen zurückgehen, nee, ne, so. Das sieht doch cool aus. Der kriegt jetzt noch einen Tanktop, so eins am besten. Die Shoulders, ja, der kriegt so eine Weste, genau. Genau, so, so, so wollen wir es haben. Das sieht so geil aus. Nee, Tank, nee, das weiße Tanktop sieht doch gut aus. Dann kriegt er noch eine schöne Hose. So. Ich muss mich kaputt lachen, das sieht so geil aus. So, so geht es. Barfuß geht er natürlich nicht aus dem Puzg. Nee, der kriegt Boots an, schöne Stiefel, Stiefelletten kriegt er. DNA steht da oben. Skin Color. Nee, den lassen wir schon so ein bisschen, oder? So ein bisschen braun gebrannt. Ja, Name, den nennen wir Peter. Peter heißt er. So, Peter ist fertig. Und Peter ist dabei, sich ein Dating-Profil anzulegen. Achso, das lädt gerade noch. Entschuldigung. Der sieht doch hübsch aus, oder Leute? Was sagt ihr? Der sieht doch perfekt aus. Und so kann er jetzt auf Weiberjagd gehen. Entschuldigung, Frauenjagd gehen. Der sieht doch richtig hot aus. Also, wieso dauert denn das so lange? Peter muss generiert werden. Man, es dauert aber lange, denn so generieren. Das sieht vielleicht zu gut aus für das Spiel. Ah, jetzt. Könnt ihr ein bisschen vorspulen, wenn es euch zu lange dauert. Mit dem auch sei, wir werden uns jetzt mal ein paar Chicks klären. Mit unserem Peter. Ich höre irgendwie gar nichts. Das ist normal. Ah, shit. Here we go again. Ich habe jetzt, was? Ich habe es jetzt satt, dass jeden Tag das Gleiche. Ab heute werde ich mein Leben verändern. Oh, wir leben in einer Hütte. Lassen Sie mich die App verwenden, die ich gestern, äh, ich registrierte. Drücken wir mal Tab. Ähm, Finder App finden. Okay, anmelden. Was hat 15 Dollar gekostet oder 5 Dollar? Steigen Sie draußen in das Fahrzeug an, gehen Sie in den. Drücken Sie M auf die Karte. Sieht so aus wie Streaming Simulator oder wie das Spiel heißt. Äh. Ich würde gerne F drücken und einsteigen. Ich kann nicht in das Auto steigen. Okay. Das Spiel sieht aus. So. Ich drücke F. Okay, da bewegt es. Ah, jetzt bin ich drin. So, ähm. Ausgang. Verstecken. Motor starten mit G. Ich höre irgendwie gar nichts in dem Spiel. Wieso höre ich denn nichts? Bin ich taub? Ah, jetzt höre ich was. Jetzt höre ich mich auch selber. Gruselig. Okay. Weil sie nichts hört, tut mir leid. Irgendwie ist das Spiel so leise. Keine Ahnung warum. Ich habe nichts umgestellt. Also wir sind der Peter und haben eine Dating App jetzt auf dem Handy und müssen jetzt zum Arbeitsbereich fahren. Oh mein Gott. Wir wohnen irgendwie mitten im Wald. Da würde uns jede Frau daten. Ich muss mal kurz bei den Einstellungen was gucken. Ah, Klang. So, jetzt werde ich bestimmt over. Jetzt kann ich mich ein bisschen leiser machen hier wieder. So, weitermachen. Äh, guten Tag Chef. Das ist ja wirklich der Chef. Seine Aufgabe ist einfach. Erleben Sie Bauaufgaben. Erhalten Sie 10 Dollar pro Aufgabe. Fang an zu arbeiten. Dann gehen wir mal arbeiten. Der eine hämmert schon da hinten rum. Das hört sich an, als wenn er gerade im Schlachthaus wäre. Hm, okay. Halte es, okay. Muss ich eh halten, oder was? Ah, okay. Ich halte mal eh. So, was haben wir noch? Brauchen wir noch eine Aufgabe hier? Sollen wir Holz hacken, oder was? Holzsägen, Kudi? Nein? Ich darf schaufeln gehen. Oder ich muss, glaube ich, noch hoch. Jetzt hört sich an. Auf was laufe ich denn hier? Auf dem Matschkuchen, oder was? Ich halte es. Es. Ich halte es. Dann halte ich es. Frisch mit deinem Schiff. Gleich. Wir machen das hier noch fertig. Ich bin gespannt, wann die Chicks kommen hier. Wir brauchen erstmal ganz viel Cash. Deswegen werde ich hier noch ein bisschen was schaffen. Ist ja eigentlich immer das gleiche, denke ich mal. Oh, Aufgabe 10 Dollar. Dann müssen wir hier ein bisschen was machen. Wir lassen uns die Hand nicht verarschen von die da oben. Dann machen wir noch das hier. So, und jetzt kündigen wir unseren Job. So, Chef, ich kündige. Möchten Sie Ihren Job aufgeben? Ja, verlassen. Was? Nur 65... Äh, was? Ich habe nur 20 Dollar gekriegt? Was ist denn das hier? Wura! Öffnen Sie Finder. Ah, jetzt können wir uns anmelden. Was ist denn hier? Ah, da kann man einen Booster kaufen. Erinnert mich wie Lobo für Arme. Mach ein Foto. Ich bin hier voll auf der Baustelle. Warte, ich muss das Foto irgendwie anders machen. Moment, wie kann ich ein Tab-Shift laufen? Geht auch nicht. Äh, also, äh, wie kann man das Handy wegstecken? Äh, weg. Handy weg. E, F, Shift, nein. Ah, ich wollte nur ein Foto machen. Die Damenwelt. Äh, irgendwie, muss ich da irgendwie draufdrücken oder so? Mitteilung, Finder. Passen. Du. Sie passen. Annehmen. Mit Jazz. Jazz 31. Hallo, wie geht es dir? Lass uns heute treffen. Jetzt? Wenn wir uns ein wenig kennenlernen würden. Es ist besser, wenn wir von Angesicht zu Angesicht reden. Genau, wir gehen voll in die Offensive. Gehen Sie zu Ihrem Spiel. Jetzt kannst du das Telefon auch nicht mehr öffnen. Na dann, ich wollte eigentlich ein Foto machen. Aber nicht mit dem Chef im Hintergrund. Also F drücken geht schon mal nett, aber eh geht. Nein. Ah, jetzt springt er wieder an. Da hat er die ganze Zeit gelaufen. Oh, ist das Auto laut. Ey, wenn die mich mit dem Hobel sieht, ey, dann rastet die gleich aus. Äh, da ist nix. So, 200 Meter, dann treffen wir uns mit der, wie heißt sie, Jessie. Gehen klein die Offensive, Leute. Lass treffen, komm. Wir treffen jetzt, Angesicht zu Angesicht, nicht länger schreiben. Oh, da hinten ist sie ja schon. Hätten wir aber laufen können. Und jetzt Handbremse. Genau. Und in den Baum rein. Was ist denn das für ein Mann da hinten? Oh, jetzt stecke ich doch fest. So, da ist sie doch schon, die gute Dame. So, jetzt steigen wir mal aus. Hey, ich bin der Peter. Du bist endlich gekommen. Habe ich, habe ich etwa erwarten lassen. Du bist langsam gekommen. Dein Auto ist kaputt. So sieht deine Kleidung nicht besonders gut aus. Sie sind, sind diese. Wirklich ein Problem für sie. Die Erwartung jedes Einzelnen unterschiedlich. Die Person, die ich treffen, muss etwas Geld haben. Soweit ich sehen kann, haben sie keine. Verdammt, deine Männlichkeit. Vergiss es, meine Liebe. Lass uns spazieren. Verdammt, deine Männlichkeit. Menschlichkeit. Verpiss dich. Du mich auch. Nehmen sie die 200 Dollar und kaufen sie sich einen neuen... Hey, die haben mir 200 Dollar einfach mal so gegeben. Vielen Dank. Sehr großzügig. Dass ich dich abblitzen gelassen habe. Gehen sie zum Bekleidungsgeschäft. Solches auch mal passiert? Ihr wart auf dem Date und dann kriegt ihr noch 200 Dollar in die Hand gedrückt. 200 Euro so. Ja, hier, kauf dir mal was ordentliches zum Anziehen, Junge. Siehst aus wie ein Straßenkopf. Keine Ahnung. Oh nein! Was mache ich? Hilfe! Komm, wir fahren über den Sandhügel. Das wird schon. Boah, ey, das ist so ein Schrottauto. Äh, verstecken? Was ist mit Z, verstecken? Wie verstecken? Achso, das ist zu verstecken. Ja, Leute. Ähm, irgendwie... Den kriege ich da nie wieder raus. Seitdem ich drücke F die ganze Zeit. Los, wir drücken dich hier raus. Ich drücke dich mit F da auch. Ich schiebe dich. Ich bin stark. Ich bin windig. Genau, auf die Straße mit dir, Auto. Jeder andere hätte das auch getan, oder? Das Auto einfach mal hochgedrückt. So, und jetzt fahren wir mal ordentlich und nehmen keine Abkürzung. So, das darf es F drücken gedacht, okay. Anstatt einfach mal so zum Spawn, so einen Spawnpunkt irgendwie zu drücken. Okay, genug schwitzt. Falls ihr ein bisschen Windpusten hört im Mikrofon, das ist weder mein Atem oder der Ventilator, weil ich gehe hier drin kaputt. Als du vorgespult hast, äh, ich bin wieder auf der Straße. Schon mal gut. Jetzt gehen wir uns erstmal was zum Anziehen holen. Ich weiß nicht, ob das hier eine Fußgängerzone ist, mir aber auch egal. Wir haben jetzt 200 Dollar, jetzt können wir uns erstmal was zum Anziehen gönnen. No Parking, das ist mir wurscht. Ich darf überall parken. Oh, hallo Bob, wie geht's dir? Was hast denn du Neues hier drin? Kann ich dich einfach mal anquarken? Geht das irgendwie? Kaufen neue Klamotten. Ah, GTA-Style, okay. Gehen wir hier mal rein. Drücke E zum Einkaufen. Equipped. Wir brauchen definitiv eine andere Weste, das geht mal gar nicht. 200 Dollar. Hm, glaub ich, ich kaufe mir eine Hose. Ja, die sieht doch cool aus. Okay. In schwarz. Ja, die kostet 150. Upsi. Ne, die kostet 50 nur. Ne, die hat 150 gekostet. Achso, weil ich die pale blaue Weste mit angedrückt hab. Okay. Ja, muss man auch erstmal wissen hier. So, versuchen sie die Kopplung über die App. Ja, aber erstmal muss ich mit meinem schönen Auto ein Foto machen. Ah, da ist P. Mach ein Foto. Das Auto mit auf dem Bild. Und Käse. Ah, das sieht doch schön aus. Kann man das als Profilbild nehmen? Ah, das sieht doch cool aus. Keine Mitteilung. Gehen wir mal da drauf. Oh, die Mary, ich komme gleich zur Sache. Komm zu der Adresse, die ich dir dringend gegeben habe. Ich warte auf dich. Es ist unser Schicksal. Äh, welche Geschwindigkeit ist das? Lass uns ein bisschen reden. Nein. Ich komme sofort zu dir, Mary. So. Oh, Mann. Ich würde gerne den Rückwärtsgang einschlagen. Ich habe Angst, hier irgendwas mitzureißen. Upsi. Ey, da schiebt mein Auto weg. Okay, hier ist eine Einbahnstraße. Müssen wir jetzt... Oh, die... Das ist wirklich volles Kackauto, ey. So, geht es da hinten lang, weiß ich. Dann schweige ich hier wieder raus. So. Kommt da was? Nein. So, dann fahren wir mal zu Mary. Mr. Mary J. Black. Okay, Mary, wir kommen zu dir. So, was soll ich sagen? Das Spiel ist einfach, ja. No budget, sage ich nur. No budget. Aber deswegen zeige ich es ja, weil ich spiele gerne solche Trash-Spiele. Upsi. Was ist nur passiert? Och, nee, oder? Och. Jesus Christ, wirklich jetzt. Muss ich das Auto da wieder hochschieben. So. Peter, du hast muskulöse Kräfte. Oh, ich komme da jetzt. Kein Auto. Boah, das Auto, das... Ich rass gleich aus. Das Auto ist Katastrophe hier zu steuern. Sag ich euch jetzt schon, Leute, falls ihr das Spiel mal euch holt. Das ist echt Katastrophe. Da guckt der, der, der... Der ist auch schon im Baum drin, der NPC. Och. Gott, nein. So, weiter geht's. Gucken, was die Mary mit uns vorhat. Die war ja sehr offensiv zu uns. Ich glaube, die wird uns töten wollen oder so. Och, Mensch, weißt du was? Blödes Auto, ey. Du kotzt mich an. Schieben's einfach da jetzt in den Buckel hoch. So. Gott. Ah, da ist die Straße. So. Schade, dass mein B-Tuber noch in den Spöse gucken kann. Ich bin nämlich richtig mad gerade. So. Mary, ich komme! Hm. Hm. Äh, die sieht aber gar nicht so knusper aus. Ich hab Angst vor der. Äh, Mary? Ich habe nicht erwartet, dass du kommst. Ich sagte, ich komme. Habe schon eine Chance, nicht zu kommen. Ich sagte, ich komme. Du hast keine andere Chance. Jungs. Da kann ich nichts machen. So weit bin ich gekommen. Lass uns etwas essen gehen. Es gibt Dinge, die ich mit dir reden will. Okay. Okay, äh, dann steig mal ein. Oh Gott, ist die creepy. Äh, Entschuldigung. Falsche Taste. Die ist so total kusig. Warum ist die so grün, ey? Rät ich gerade einen Ogre oder einen Alien oder so? Keine Ahnung. Bin ja nicht wählerisch, aber... Und bei dir so... Du hast eine schöne Hautfarbe, muss ich sagen. So grün und krustig und pickelig. Ich habe nur 90 Dollar. Ich hoffe, der Schuppen ist noch teuer. Einladen werde ich dich auch nicht. Mit Sicherheit nicht. Jeder bezahlt sein Stuff selbst. So wie ich hier stehe. Immerhin hast du nichts über mein Auto gesagt. Das ist auch schon mal gut. Du hast mir Kohle gegeben. So wie die andere Dame davor. Aber hey. Hm. Ich bin mal schon wieder in der Stadt gelandet. Kennst du Tokio Drift? Hast du gesehen? Wie gut. Ich um die Kürfe geslidet bin. Und nochmal. Weil ich es kann. Oder auch nicht. So. Boom. So. So. Hier sind wir, Mademoiselle. Sieht so gruselig aus. Ich glaube, die Schlagmännisch schlägt mir den Kopf gleich ab. Hallo, Dennis. Es ist Snoop Dogg. Alter, wie geil. Gartier der Laden. Äh. Was ist das da hinten? Nein, oder? Was? Ja, jetzt sind wir hier. Snoopy, wir würden gern was essen. Sollen wir uns da hinsetzen? Ähm. Okay, ähm, ja. Den Kellner hatte rufen. Den rufen wir mal an. Willkommen, was wollen sie kaufen? Du stellst andere Personen schnell. Ähm. Was möchtest du? Einen Kaffee, okay. Ähm. Genauso wie ich es möchte. Ich habe sorgfältig bestellt, weil ich Vegetarier bin. Okay. Ich wünschte, ich hätte bestellt. Ne, ähm. Das hast du gut gemacht. Das ist ja ein bisschen, ne? Wie dem auch sei. Kommen wir zum Thema. Für welche Hobbys interessieren sie sich? Musik, Sport, Tanzen. Ähm. What? Ich mag keine Dinge, die Menschen müde machen. Ich würde gerne mit ihnen über die Hobbys sprechen, die mich interessieren. Aber meine Begeisterung ist verflogen. Dann erzähl mal ein wenig über dich. Ich bin ein sauberer Mensch. Ich möchte, dass die anderen Personen... Menschen... Kleidung, sein Auto, sogar eine Sache in seinem Haus. Ich liege am Boden. Mein Haus ist wie ein Kunstmuseum. Alles perfekt. Es klang überhaupt nicht überzeugend. Ich weiß. Gesamtmenge 20 Dollar. Ich wende mir die Zahlung wie erwartet. Nehmen Sie tatsächlich die 50 Dollar Geld. Kaufen Sie etwas für Ihr Haus. Was? Ey, die geben mir alle Körbe irgendwie. Die geben mir Geld, aber wollen mich nicht irgendwie ranlassen. So, dann gehen wir mal hier. Wir fahren mit dem Auto darüber, oder? Wir müssen ja nicht so weit laufen. Was habe ich getan? Dass die mich nicht... Die geben mir alle Geld und wollen mich nicht daten. Also nicht richtig. Was ist das euch auch schon mal passiert, Leute? Dass ihr Geld von eurem ersten Date bekommen habt? So wie... Kauft ihr mal ein schönes Auto? Hier hast du mal 50.000. Das ist doch viel zu teuer. Was soll ich mit deinen Almosen? Ich weiß nicht. Ich habe meine Brude noch nicht mal gesehen. Ja, dann kaufen wir mal... Da, der Sessel, der ist gut. Charisma 2, Charisma 4. Da, nach Hause gehen. Jetzt nehmen wir das erste Mal unsere Brude. Oh Gott, ich will nicht wissen, was für ein Rattenloch das ist. Ich hoffe, man kann da schnell Geld machen, ey, Leute. Mein Zuhause ist da hinten. Das ist doch schon mal gut. Oh Gott, ich will nicht. Oh yeah. Also den Crash werde ich vielleicht zusammenschneiden. Also die Leute, ähm... Wir müssten da drehen, oder? Da rein. Ja, froh, dass die Map nicht so groß ist. Stell dir doch schon vor, ich müsste die bei GTA so weit fahren. Müssen wir eigentlich auch mal tanken, oder so? Nee. Boah, ich wohne wirklich im Wald. Stimmt ja. Ganz vergessen. Ich glaube, ich fahre falsch, oder? Nee, ich fahre richtig. Ah, stimmt, da war die Baustelle, wo ich gearbeitet hatte. Man kann ja bestimmt auch schneller irgendwie an Geld kommen, oder? Ah, da ist ja die Hütte im Wald. Kennt ihr den Film? Kennt ihr den Film? Film mit der Hütte im Wald? Kennt ihr den? Oh Gott. Ich bin bestimmt ein Serienkiller. Oh, ich bin wieder zu Hause. Ach, wie schön. So eine schöne Badewanne hatte ich schon lange nicht mehr duschen gehen. Ah, ja. Das war ein Bett. Äh, ja. Ich stelle die Möbel... Stellen sie die Möbel auf. Sie finden sie außerhalb des Hauses. Ach, ja. So kann mit... Ah, ja, ich sag dir, unser Charakter ist stark. So. So kann man... Ach, nee, jetzt ist er jetzt schlafen gegangen. Ich dachte, ich kann das Bett irgendwie... Ah, jetzt kann ich das Bett umstellen. Hm, hm. Oh Gott, wie so ein Obdachloser in der Hütte, ey. Kannst du doch keine Frau mitnehmen, Junge. Als wenn die mich schon alle kennen. Ah, du bist doch der, der in der Hütte im Wald wohnt. Nee, von dem will ich nichts. So. Dann gehe ich mal duschen. Voll die geile Dusche. Hm, gegessen haben wir auch noch nichts, aber... In das Speditionsgeschöpfen arbeite etwas. Benötigen sie 100 Dollar, um loszulegen. Okay, ich verstehe nicht was, aber ich gehe da mal arbeiten. Oh, Jesus. Ich weiß auch nicht, wo das Speditionshaus ist. Das ist doch nicht das da oben, oder? Was ist denn eigentlich das für ein Laden? Nierpa. Ah, das ist so ein Lebensmittelladen, oder was? Ah. Ohne, ohne... Ja. Ohne Verkäufer drin. Hm. Aha. Und die andere Hütte im Wald kann ich auch kaufen. Ist auch schön. Speditionsfirma, wo ist denn die? Ist das das Lila noch da unten, oder was? Oder da... Oh. Hm, hm. Ich habe nichts gesehen. Ist aber echt ein weiter Weg. Mit der lahmen Schrottschüssel hier. Ja, hier haben wir auch mit dem Auto hier zu tun. Also Speditionsgeschäft, das war da unten, oder? Gucken wir nochmal. Ne, jetzt war die andere Richtung. Ich kann nicht nach hinten gucken. Tut mir leid, wenn ich da jemand wegramm. Oh. Ich habe jemanden weggerammt. Hm. Upsi. Ja, tut mir leid, dass ich hier mit Fahnen nur beschäftigt bin, Leute, aber... Wir brauchen Geld. Ganz viel Cash brauchen wir, dass die Mädels auf uns stehen. Wollen ja alle nur Geld. Das ist Ironie, ne, Leute? Dann nicht ernst nehmen. So, da hinten gibt es Geld. Ach, da, da wohnt doch diese Jessie da unten. Äh, da oben. Komm, wir besuchen die mal kurz. Okay, ist ja gut. Ah, da kann man Glücksspiele spielen, glaube ich. Sind Karten abgebildet. Ist denn das eine Bar? Okay. Hm, hm. Hm, hm. Ich schieb den Augen und wenn es das Letzte ist, lass ich tu. So. Boah. Da kriegst du ja Schweißausbrüche, bis du hier fertig bist. Ach, jo, übertreib doch. Ah, da hinten ist die Speditionsfirma. Boah, da hinten kann man sich ein Lambo kaufen. Boah. Hätte ich auch gern. Hey, du. Ah, beginne mit der Zahl einer Fahrzeugkarte in Höhe von 100 Dollar. Wenn sie fertig sind, erhalten sie 300. Och, ernsthaft. Jetzt fehlen mir 10. Hm. Das ist doch echt nervig. Kann man sich dann einfach Geld schieben oder so? Jetzt muss ich nochmal... Och. Ich sag euch, das Auto ist... Das ist... Das ist... Gemeingefährlich. Och, nein. Ich muss F drücken. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Mal da ein bisschen Geld schaffeln. Also, ich sag euch. Das ist echt, echt anstrengend. Anstrengender Käse ist das hier. Wenn wir das Ultra-Grafikeinstellungen sind, dann will ich nicht wissen, was... ...episch ist. So. So, wir lassen den Motor laufen. Bringt ja eh nichts bei der Kiste hier. Guten Tag. Ja, genau. Fang die Arbeit an. Da halten wir mal... Da halten wir mal S gedrückt. Jetzt machen wir noch das da hinten. Ach jo. Bin ich kleiner geworden? Zu klein aus hier alles. So. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Geben wir die 20 Dollar. Komm, wir machen die 30 noch. Aber dann ist es wirklich gut. So. Aber das war es jetzt. 120 haben wir jetzt. Sehr gut. Äh, verlassen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. So, dann fahren wir mal Spedition. Irgendwas. Das Stadtteil ist schon jemand reingefahren wieder. Oh, BNB ist vor uns. Auf Wiedersehen. Schenk dich ab. Tschüss. So. Das war mal Spedition. Haben wir 300 Dollar. Mal gucken, was wir damit machen können. Ich hoffe, ich versenke den LKW nicht irgendwo in die letzte Woche. Maler High irgendwo. So. Okay. So, ich habe die Kaution, Digga. Mach jetzt. Aha, 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 aha. Bart. So. Liefern sie die Fracht ab. Ach Gott, wie viele Pakete. Ach du. Ach du heiliger Wim Bam. Uff, Entschuldigung. Na gut, die sind alle an einem Fleck. Also müsste man eigentlich hinkriegen. Passt an. Eieiei. Tut mir leid. Musst du husten. Ach BMW, fahr mal schneller. Sonst habt ihr das auch immer einig. So. Guten Tag. Was muss ich F gedrückt halten oder was? Was ist denn hier los? Wie geht es? Muss ich jetzt E gedrückt halten oder F? Was? Verstehe ich nicht. Mit E steige ich doch ein. Ah, so geht es. Okay. Hm. Also die Bremsen geht schon mal gar nicht. Man muss richtig in dem Kasten irgendwie drin stehen, so. Und dann F gedrückt halten, okay. Upsi. So, hier auch noch irgendwo. Nein. Aber hier die zwei schon abgeklappert. Ja, ich weiß, Leute, du bist jetzt ein bisschen langweilig, aber... brauchen halt Geld. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Uuuh. Mit dem Auto geht es anscheinend besser als mit meinem. So. Uhu. So. So. So lässt sich's leben. Boah, nein! Was ist hier passiert? Oh mein Gott. Los, du schaffst das. Los, Schweini. Ernsthaft jetzt. Fliegen kannst du auch, ne? Schieb, 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 schieb. Los, geh hoch. So. Jetzt sind wir hier schon gelandet. F gedrückt halten. Halten sie eh. Das sind aber auch so komische... Die haben's hier echt schön, muss ich sagen. Ich muss in so einem... In so einer Hütte im Wald leben. So. Womit ist schon mal abgeklappert. Fahren wir da rüber. Wuii. So, ein Pack schon haben wir noch, oder? Ne, zwei. Stark, wenn man erst mal hier ist, denk ich mal, da geht's noch viel schneller. So. Das ist nur ein Paket, dann fahren wir das Auto zurück. Dann sind wir auch schon durch, ne? Aber einen Date machen wir noch hier. Danach, wenn ihr ruhig vorspultet, wenn's euch nicht so interessiert. Das stört mich nicht. Hauptsache liken und abonnieren, das wäre schon wichtig für mich. Ich will ja auch ein bisschen wachsen. Da wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Ich bin euch jetzt schon dankbar für die zahlreichen Aufrufe. Jetzt fahren wir den Schinken mal nach Hause. So. Ich hoffe, wir kriegen auch die 300... Uuuuh, Dollar! Und so. Nein! Ich fahre an die auch. Die fahren mitten in der Spur, ey. So, jetzt hier rechts. Also, wenn jemand, der wirklich das Spiel spielen will, ja, und dann muss er halt Zeit investieren. Das sieht man ja, ne? Die Chicks kommen nicht einfach so. Da musst du schon ein Macher sein. Das ist halt so. So, jetzt fahren wir das Ding da wieder rein. Brems, brems doch! So. So, abgegeben. Sprich mit dem Chef. Hey, Gude! Möchten Sie einen Job aufgeben, oder ist das Auto in der Hade gefragt worden? Äh, Ausfahrt hier. Ja, sie haben 300 Dollar gewonnen. Nicht verdient, sondern gewonnen. Yes! Ich würde gerne mal kurz da rüber gehen. Was für Autos die da haben. Das möchte ich mir auch mal angucken. Für den einen oder anderen interessiert es bestimmt, was die da für Autos haben. Was für komische Dinge. Boah, diese Gurke, ey. Ist nicht normal. Den in der Mitte. Definitiv. Oder den Audi oder den Challenger. Was koste du? Ah, ist nur 350? Niemals. 1750. 3.500. 2.650. 2.650. 1.000. Ist ein Tesla, oder was? Wie, 150 nur. Och, nö. Kann man den nicht verkaufen, den Hobel hier. Ich verkaufe den auch. Anzahlung. 350 kriegst du schon so ein Ding. Das ist schon cool gemacht. Also. Ja, ja, ist gut. Wir steigen mal kurz aus. Wir gucken nochmal auf unsere Handy-App. Wir gehen mal auf. Was haben wir dann? Boost. Persönlichkeit. Sehen Sie die Persönlichkeit der passenden Person? Setzen Sie sich finanziellen Status gemachte Personen an? Hobbys. Negative Hobbys. Essen. Das kostet alles mehr Geld, um das da einzutragen. Oh, Peter. Du tust mir so leid. Wir gucken mal. Die sieht gruselig aus. Die hatten wir ja schon. Nein, die Bälle habe ich auch nicht. Das war's für heute. Echt jetzt? Och, nö. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so, wie gehe ich. Ich mache dann hier einen Cut für euch. Mein Ton war aus. Also. Ich habe jetzt Angeln freigeschaltet. Und ich habe uns jetzt hier so einen Luxus-Schnitten gekauft, in dem ich keine Ahnung, wie lange, ich glaube, ein, zwei Stunden dafür gebraucht habe, uns ein bisschen Cash zu machen. Jetzt haben wir den Lampo natürlich. Ui. Hing. Ups. So. Oh, der rollt nach hinten. Der rollt nach hinten. Tschüss, Lampo. So, jetzt machen wir die App auf. So. Wir haben hier eine Sadie. Oh, Jesus Christ. Die müssen wir kennenlernen. Und natürlich die. Oh, die lacht doch so schön. Die hat so ein schönes Lächeln. Das war's für heute. So. Dann machen wir jetzt ein neues Foto. Mit dem Lampo. Persönlichkeit und Boost. Wir machen mal einen Booster. Jetzt habe ich ja ein bisschen Cash. 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 So. Mach ein Foto. Genau. So, mit dem Lampo hinten drauf. Das sieht doch so knuffig aus, der Kerl. Weiter so. 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 So ein bisschen. Genau. Hier. Das ist Peter. Der Macher. Ach ja. Ich habe noch ein paar Gummis gekauft. Wenn ihr es schon gesehen habt. Unten links. Ich weiß. Jetzt soll ich die anderen zwei Dinger auch noch kaufen. Ich weiß ja auch gar nicht, wo man das alles noch hier einbauen könnte. Ich habe jetzt alle Dinger gekauft. So. Jetzt haben wir noch weniger Geld als vorher. Aber ich kann dafür, glaube ich, nochmal passen, oder? Ne. Das war's für heute. Ich will immer geboostert werden, Mann. Jetzt habe ich doch den Lambo. Komm, wir pennen nochmal einen Tag. Ich habe keinen Bock, Angel zu gehen. Nein. Ich hätte besser ein neues Bett gekauft. Egal. Was? Ich fühle mich nicht müde. Oh. Soll ich jetzt wirklich angeln gehen? Jetzt, wo ich die... Jetzt, wo ich die... Jetzt, wo ich den geilen Hobel hier habe. War schon sonst farben, oder was? Ich habe die ganze Zeit Lieferwagen gefahren. Für den Sportwagen, auf dem die Ladies stehen. Huch. Wow, nein! So. Wo kann man denn angeln gehen? Ach, da unten. Okay. Dann gehen wir nochmal angeln. Falsch meldet sich dann jemand. Auf jeden Fall sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Und er lässt sich genauso beschissen steuern wie... Das war doch hier unten dann, oder? Ja. So. Ah! Dann bleiben wir mal hier. Dann laufen wir den Rest. Wobei, ich hätte doch da runterfahren können. Ist doch nur ein Spiel. In echt würde ich sowas nie, niemals tun. Ich will zu einem Auto. Hoi, der Witzker! Och, nee, oder? Wir holen uns da raus. So, komm schon. Wir schaffen das. Oh, du musst eh gewaschen werden. So. So, jetzt sind wir hier. Wir angeln ohne Angelrouter. Hi, mein Lieber. Und da hinten spinnt die Textur ein bisschen. Hier macht ein bisschen Disco-Disco. Äh, was muss ich da schon... F, F, G, H. Okay. Nett hast du zum Fischen. Sie brauchen eine... Angelschnur. Dein Ernst jetzt? Drücke E, um zu fischen. Mach's doch. Sie brauchen eine Angelroute. Sag jetzt, ich muss mir noch eine Angelroute holen. Überstimmen sie... Was? Übereinstimmung. Sie erfinde. Okay. Das ist schon... Aha! Noch ein Date. Ja, annehmen natürlich. Video ist zu niedrig. Das könnte nicht passen. Du, sie passen. Annehmen. Hä? Aber warte mal. Die ist doch hier bei Ding. Hallo, schöne Frau. Haben Sie schon mein Lambo gesehen? Die hatte ich doch geliked gehabt. Warum geht das nicht? Annehmen. Die Bido ist zu niedrig. Was ist denn die Bido? Was ist denn die Bido? Ach, das, was ich brauche, oder was? Aha. Kann man bei dem eine Angelroute kaufen? Bei dem jungen Mann hier. Verbesserte Angelroute. 300! Nehmen die für 50. Uh, ich habe Reise hier. So. Ehe zum Fischen. Das Spiel ist so cringe. Ich weiß gar nicht, was ich da drücken soll. Hat er schon was angebissen? Ah, okay. Jetzt H drücken. Oder was? 3, 2, 1, G. Auch nicht hingehauen. Das gehende Spiel. Zeig mir das da oben an. Ich drücke doch H. Warte mal. Wie höre ich nochmal auf mit Fischen? Ich will nicht mehr. Also. Wenn sie dieses Symbol sehen, müssen sie unten das richtige Symbol auswählen. Habe ich doch. Okay. Habe ich schon gedrückt. Da muss das gedrückt halten vielleicht. So sieht es aus. Okay. Soll ich schneller drücken? Das Spiel ist so komisch. Ah, okay, okay, okay. Jetzt, jetzt, jetzt. Also ich habe noch nie so was komisches und armes Spiel gesehen. Entschuldigung. Ich will da raus wieder. Nee, ich gehe verlassen. Na gut, jetzt haben wir ein bisschen Knete gemacht. Das wird vielleicht doch eine längere Folge mal. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch. Ich will doch mal wissen, wie es... Weißt du, ich fahre mir die ganze Zeit offline, ja? Also ohne euch das zu zeigen. Ich meine sowas. Hundekacke. Dann legen wir uns mal schlafen. Vielleicht können wir dann die App nochmal bedienen. Mach Platz, Mann. Ich muss vorbei. Ich muss aufs Klo. So. Real Talk, ich muss wirklich. So, da haben wir, da habe ich die ganze Zeit gearbeitet. Nein. Boah, nee, oder? Der Lambo ist zwar cool, aber er rutscht, er rutscht, er rutscht, er rutscht. Das Modell ist echt nicht richtig, äh, keine Ahnung. Eingestellt. Aber ich mache das ja nicht nur für euch. Ich spiele ja gerne solche Trashing-Spiele. Wuhu. Um euch ein bisschen zu unterhalten. So, ich will schlafen, duschen. Ach, der ist immer noch nicht müde, der Kerl. Nicht jetzt. Garagen. Nein. Das Geld, das sie haben, können sie arbeiten verdienen. Mitteilung habe ich auch nicht gekriegt. Ich will jetzt die ganze Zeit arbeiten, Mann. Naja, Leute. Dann war es das. Ihr habt ja einen kleinen Einblick gesehen. Ich kann noch nicht mehr. Ich schwitze, mir ist warm. Und wir haben keine Ahnung. Ich bin Uhrhammer. Mittlerweile zwei Uhr morgens. In diesem Sinne, vielen Dank fürs angezockte Video schauen. Lasst ein Däumchen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Bis die Tage. Auf Wiedersehen. Ich lasse mir wieder was einfallen. Tschüssi. Bye, bye. So, jetzt geht's wieder. Ich lasse mir wieder. So, jetzt geht's 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 wieder.